AHHHHH! Und ab geht es, direkt durch die Öffnung, wo mal ein Tor war. Warte, du musst nicht mehr versuchen, mich zu fretzen. Weißt du doch, das gehört jetzt alles auch dir. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich hab nur so viel Energie. Ich glaub, das liegt an meiner neuen pflanzenbasierten Ernährung. Versuch's doch mal mit Joggen. Meinst du, das funktioniert? Das will ich schwer hoffen. Tommy, die gehören McGregor. Wir teilen den Garten jetzt. Guck mal. Also, wenn es mich nicht gäbe... Peter! Ich wusste es! Nein, nein! Lass einfach meine Tomaten in Ruhe, du hast doch alles andere. Er benimmt sich nie. Er ist so dein kleiner Rotzlöffel. Das ist ein bisschen hart, finden Sie nicht? Die sagen mir nur die ganze Zeit, wie schlimm ich bin. Vielleicht bin ich besser dran ohne sie. Nee, na? Hey, bist du Peter Hase? Ja. Dein Vater und ich waren beste Freunde. Tatsächlich? Nimm dir einen Pfirsich. Haut ab hier! Verzieht euch! Komm, mein Junge! Peter? Was ist denn mit dir passiert? Ich hab Vaters alten Freund getroffen und ich hab mich noch nie so akzeptiert gefühlt. Ab! Das ist wie McGregor's Garten. Nur in der Stadt. Was ist das für ein magischer Ort? Wir können uns einfach bedienen. Das klingt ein bisschen waghalsig. Ich würde euch nie in Gefahr bringen. Versprochen. Hm. Okay, nicht versprochen. Wir räumen jetzt den Markt aus. Seid ihr dabei oder nicht? Los, kommt! Hauen wir ab! Nein! Es gibt keine Hoffnung für sie. Du gehörst hierhin. Meine Familie ist in Schwierigkeiten. Und es ist alles meine Schuld. Ich werde sie retten. Die anderen Hasen wurden gefangen. Und das Schwein. Und der Igel. Und der... Gibt's auch einen Dachs? Warum hilfst du mir überhaupt? Das machen Väter so. Hm. Dabei hat er sich schon so gut gemacht. Puschelpuschel hat gerade Zucker entdeckt. Wir hatten einen guten Lauf. Ich werde ewig leben! Sag ich doch! Ich rede und dredge... Du hast stattfinden. Du hast gamb org一jes, u client newest. Stop. Wir machen nicht Joshua... Gero. Tipp fluffy.